also da wo dieses stopp steht mit sprüh farbe geschrieben der eingang der höhle nach einer kleinen stärkung geht es jetzt weiter und habe ich eben ein gespräch belauschen können da sagte die frau zu ihrem kind wir möchten doch gleich noch diese wand hochklettern doch klettersteig müsste ich notgedrungen ohne klettersteig ausrüstung ein bisschen klettern bin mal gespannt der weg bleibt wirklich so schön jetzt geht es durch ein labyrinth und hallo kommt nach oben nicht mehr zu den oberen denn ja 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 also dieser weg hier der kriegt von mir das prädikat traumfahrt das verleihe ich dem jetzt einfach mal so wenn ich mich nicht täusche da hinten an dem parkplatz wo die autos unter diesem feld stehen da geht es eine ganz schmale treppe durch den feld hoch und mal mache ich mal einen abstecher hier hoch ich hoffe man sieht was einfach klasse einfach klasse hier also alpines feeling garantiert ja es ist wirklich schade dass hier keine klettersteige sind das würde sich wirklich anbieten in der region ein paar klettersteige platz genug wer dafür so meinen kleinen abstecher den habe ich jetzt beendet und steige wieder hinab lohnt sich auf jeden fall nicht auf dem vorgegebenen weg zu bleiben sondern auch ruhig mal so eine spalte zu gesteigen einfach nur klasse ich weiß nicht ob man sieht aber da oben war ich gerade und immer entlang an einem idyllischen bächle ich weiß nicht ob ich jetzt es ist ich weiß nicht ob ich jetzt Und überall findet sich eine Bank, wo man Rast machen kann. Ich habe ja auch noch was dabei, nämlich den Drangia, grobe Bratwurst, Bratkartoffeln weiß ich nicht, ob ich die heute dazu mache und zwei leckere Bier, die ich allerdings teilen muss. Hier spielt also der Bollendorfer Musikverein. Ich werde aber jetzt nicht für euch singen, das tue ich euch nicht an. Also ich denke hier wird der Bollendorfer Musikverein seine Ständchen bringen. Der Rückweg von dem Rundweg, nee, 1, 2, 3. Der Rückweg verläuft jetzt auf der gegenüberliegenden Seite von dem Mullertal. Geht man parallel zu dieser Schlucht, geht man zurück, momentan noch auf so einem breiten Waldweg, Forstweg. Und man wird aber, was man schon von der anderen Seite gesehen hat, auch wieder an so Felsen vorbeikommen. Oder besser gesagt, oberhalb dieser Felsen langlaufen. Das ist ganz angenehm. Wir haben unseren Rastplatz gefunden. Von hier aus kann man das noch nicht so gut sehen. Aber der ist wie dafür gemacht. Das Päuschen haben wir uns jetzt verdient. Ein herrlicher Platz für eine Rast. Und dann sage ich mal in diesem Sinne, Prost! Da brutzelt jetzt die Wurst vor sich hin. Lecker! Genau das Richtige jetzt. Langsam aber sicher wird es jetzt auch mit der Wurst. Aber, was wir vergessen haben, wir haben die Brötchen vergessen. Aber in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Ja, ohne Brötchen muss es halt auch so gehen. Aber trotzdem lecker. Hier, das ist auch richtig interessant. Das fällt mir jetzt erst auf. Das Geländer, besser gesagt der Baum, ist um das Geländer gewachsen. Wahnsinn, oder? Nein, das hört sich noch lol. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, nach unserer Tour sind wir jetzt wieder in Echternach und wie man sieht, haben sich hier die Gassen ordentlich gefüllt und man kann sagen, Echternach ist erwacht um 16 Uhr. Einen kleinen Nachschlag gibt es noch, noch einmal einen Blick in die Kirche werfen, also in eine von diesen zwei Kirchen, die hier sind, denke ich, die könnte recht interessant sein. Hier geht es noch runter. Wow, guckt euch das an, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das ist richtig tief, das sind bestimmt 20 Meter, da unten Grundwasser, irre. Hier unten sind wir in der Grabstätte, ist ja schon ein bisschen kuselig, oder? Ja, ich denke mal, das hier, das war mal die Grabstätte. Das haben diese Kirchen ja öfters, aber sicher bin ich mir nicht. Hier im Hinterhof der Kirche in Echternach werde ich meinen Film beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr habt nicht allzu früh abgeschaltet, aber dann seht ihr hier das ja sowieso nicht. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hoffentlich wieder bei so tollem Wetter und bei so einem fantastischen Wanderweg. Das muss ich zum Schluss nochmal sagen, also dieser Wanderweg E1 in Echternach, der Rundweg Wolfsschlucht ist an Highlights kaum zu überbieten. Mit Abstand einer der tollsten Wanderwege, die ich seit langem gegangen bin. Wirklich wunderschön. Dann bis zum nächsten Mal. Wirklich wunderschön. Wie bitte nicht. Vielen Dank.